Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu ein wichtiges Thema, die Uhrzeit. In diesem Video erfährt man, wie man nach der Uhrzeit auf Deutsch fragen kann. Wir haben zwei häufig verwendete Fragen. Wie spät ist es? Oder wie viel Uhr ist es? Und der Form des Antwort ist es ist Punkt 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 Uhr. Wie zum Beispiel, es ist drei Uhr. Es gibt eine formelle Uhrzeit, die ganz einfach ist, man benutzt im Radio oder im Fernsehen. Wie zum Beispiel, 10 Uhr 4 Ausnahme, 1 Uhr ohne es wie Nummer 1 und eine inoffizielle Uhrzeit, man benutzt auf der Straße. Obwohl das ein bisschen komplizierter als die offizielle Uhrzeit ist, hat es Regeln, damit es nicht zu kompliziert ist. Konzentrieren Sie sich auf die oben genannten Regeln, da dies die Verwendung erleichtert. Lassen Sie uns gemeinsam anhand der folgenden Beispiele üben. Drei nach zwei Oder kurz nach zwei Zehn nach fünf Viertel nach eins Viertel vor eins Halb acht Fünf vor halb zwölf Die Deutschen sind immer pünktlich, also komm nicht zu spät. Ich hoffe, Sie haben nach diesem Video mehr nützliches Wissen. Das war so, dass Sie das irgendwo vertreten haben. Untertitelung des ZDF, 2020